Ja, und ich hoffe, diese Scheiße ist bald vorbei. Was sagen Sie dazu, dass bald in Supermärkten geimpft wird? Ich habe über das ganze Land gesprochen. Was hier passiert, ist kriminell. Und jetzt ist, also die Regierung hat jetzt, die Wiener Regierung hat beschlossen, in Supermärkten sollen die Leute ganz niederschnellig schnell ein Angebot bekommen. Ja, man wird das auch immer schneller machen, immer schneller und immer mehr, weil diese Verbrecher merken, ihnen läuft die Zeit davon. Man wird sie bald alle haben. Und jetzt geht es auf die Kinder los und auf die Alten und die ganzen Zahlen, die bekannt sind mit Kranken, mit Toten, mit Herz und Hirnschlag und Thrombose. Und das wird alles verheimlicht, alles geheim gehalten. Die Menschen sollen das nicht wissen. Und leider sind die meisten dumm.